Wir sind gut gesonnen an heutigen Tagen, wir haben uns daher leider, dass so ein Schloss in den Fest voranzusagen. Es tut es leid, dass wir gerade unserer Jubiläumskönigin nicht die Möglichkeit bieten können, durch den Ort zu ziehen. Aber Annemie, macht ihr keine Sorgen, wir haben irgendwann auch noch mal ein 200-jähriges Jubiläum. Ich glaube, es ist in allem Sinne, dass wir diese Entscheidung getroffen haben und von daher übergebe ich, womit ich sagen, das Wort unserer zweiten Vorsitzenden, Elke Franke. Im Namen der Landschaft, die an der Schüttel der Schaflöden, wünschen wir euch alle recht herzlich für unsere Mitgärmung zu begrüßen. Ich bedanke mich für die rechte Teilnahme an unseren Künstler. Ein besonderer Gruß ist unser Königstar Annemie und Chris Brüsseler, unser Jugendprinz Patrick Rüttel, unsere Stadtschülerprinzessin Laura Dünnenfrün, Ferner möchte ich unsere inaktiven Königin Ursula Müller, sowie unseren Bürgerkönig Robert Zorbeck, wünschen. Seitens des Bezirksverbandes Rechen gehen Unbegrüße an das Bezirkskönigstar Stephanie und Manfred Hanischmacher aus Wachen, den Bezirksschülerprinz Michael Schwachs aus Herr Bühlein, die Bezirksverbandes Prinzessin Genevieve Lurie aus Geyen, weise ich grüße ihn an den Bezirkskönigstar Peter Schwerfen, und an den Ehrenbezirksbundesmeister Peter Horst und an den Bezirksbundesmeister Peter Schwerfen. Entschuldigung. Als Präsident der Stadt begrüßen wir ganz herzlich unseren stellvertretenden Bürgermeister Peter Schwerfen, der Stadtkönigfahre Heinz und Renate Kramer aus Herr Bühlein und den Stadtverbandinikern Maximilian Haimahl aus Garnbach. Ferner möchten wir alle anwesenden Königfahre, Jugendschüler und Vermietenden begrüßen. Für die schiesportlichen Fragen ist unser Schiedmeister Hans-Peter Juckum zuständig. Im Anschluss lädt unser Königfahre, alle anwesenden Königfahre, zu Kaffee und Kuchen ins Schützenheim ein. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken und das Wort hat jetzt unser Kommandant. Mut ab zum Gebet! Mein Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020